Geht heute nichts über «My Sharona» von «The Nack», direkt gefolgt von Terrence Riley mit «She's Royal». Weil ich bin eben fütvoll. Leider ist die Telefonverbindung via Nattel ein bisschen schlecht mit meinem Gar-V-Frauen, aber ich habe ihn, glaube ich, einigermassen. Christine, hörst du mich? Ja, bestens. Da hört TRS-Drehörer Christine Hoffmann ihres Zeichens Mitglied vom UHT Wilderswil. Das klingt für mich nach gut konservierter Milch. Was ist denn UHT? Wir sind ein Frauen-Uni-Hockey-Club. Und er geht jetzt in den Hockey? Genau. Wir haben heute unsere letzten zwei Spiele und dann holen wir den Pokal ab. Das habt ihr jedenfalls vor. Dafür müsst ihr aber die zwei Spiele noch gewinnen. Nehmt ihr jetzt mal an, oder? Nein, wir haben eigentlich schon sicher. Echt? Ja. Also den umso mehr. Also gut, jetzt mal ganz entspannt, liebe Frauen. Was wollte er für einen Song hören? Ja, eigentlich wollten wir von fast ein zu dringend nach Hause hören. Dann werden dir nur ausgelacht. Erstens hat er den Pokal sowieso. Zweitens müsst ihr nicht mit so zu... AC, DC und Queen, wie will Rocky. Das hören alle, wenn sie wollen, auch den Pokal abholen. Ihr müsst es fein machen. Ihr müsst es gespürig machen. Ihr müsst es smooth machen. Weisst du, wie ich meine? Mit Stil. So, dass es alle zusammen einfach umnietet. Sicher? Also, wir machen es so, Christine. Ich mache euch jetzt einen musikalischen Vorschlag. Und dafür versprechen wir dir, dass ihr in genau dieser Stimmung auf das Spielfeld in das erste Spiel rollt. Auf euren Rollschuhen. Was? Das ist gar nicht so. Ist gut? Ja, wir haben zwar keine Rollschuhe, aber das machen wir gleich. Ah ja, Unihockey. Stimmt. Ich habe es kurz gerade schnell verwechselt im Delirium Tremens. Also, los. Dort spazieren. Das ist noch besser. Auf der Rollschuhe ist sowieso, das wäre zu viel gewesen. Aber auf den normalen Turnschuhen laufen ihr genau in dieser Stimmung dort auf das Spielfeld. Und dann wird es alle zusammen dermassen lähmen, dass sie überhaupt nichts mehr gegen euch machen können oder gewinnen. Grob geschätzt etwa 48 zu 0. Funktioniert aber nur zu diesem Lied. Ich lasse euch jetzt das Lied laufen und ihr schickt mir später ein Foto vom Pokal per E-Mail. Also mit euch zusammen, ist klar. Frauen, seid ihr bereit? Jaaaa! Zu dieser Musik läuft der U.H.T. Wilderswil heute auf das Spielfeld. Und alle werden denken. Leck. Dann müssen wir aus dem Weg. Für mich. Für mich. meu amor. Es ist übrig. Es ist übrig. Es ist übrig. Es ist übrig. Je vais et je reviens Entre tes narins Et je me retiens Je t'aime, je t'aime Oui, je t'aime Oh, mon amour Oh, mon amour Tu es la vague Moi, l'île nu Tu vois, tu vois et tu viens Entre mes reins Tu vois et tu viens Entre mes reins Et je te rejoins Je t'aime, je t'aime Oh, oui, je t'aime Moi non plus Oh, mon amour Je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime Et je retiens Tu vois, tu vois et tu viens Entre mes reins Entre mes reins Tu m'ouvre, tu viens Entre mes reins Et je te rejoins Je t'aime, je t'aime Oh, oui, je t'aime Oh, oui, je t'aime Moi non plus Oh, mon amour Amour physique Amour physique Et sans issue Je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime Entre mes reins Je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime Non, maintenant, viens Untertitelung des ZDF, 2020